hallo und herzlich willkommen zurück bei my time at sandrock ja willkommen im menü und wie ihr seht die geeklas sind auch am start aber die wollen auch nur eins überleben so wie jedes andere lebewesen also wenn es die glas die frösche gibt dann gibt es auch die maulwürfe und ratten ja jensen bewundert folgendes raumschiff modell plus fünf bin ich ganz gut das täglich mal irgendwie durch dem museum dinge gibt keramik laner der stadtplatzes schau rein und hol dir ein paar dekorationen ja würde ich gerne tun aber ich lasse es lieber okay so i thought i get some of the other builders to give a helping hand this time we're finally ready to start reinforcing what we've drilled out we're gonna need some regular shipments of steel frames once we've got that first round of frames up we can get back to digging i'm gonna put them up on the commission board so get there bright and early for some extra dough äh zusätzlich geld joo kann ich machen gerne stahlrahmen joo i don't even know how many we're gonna need so just bring us some materials and we'll make them ourselves okay gut all right well i'll leave you to it thanks again for all your work nix zu danken nix zu danken ich helfe gerne stahlrahmen oh und ein brief ich hoffe näher ach natürlich nicht von der ziviltruppe nach der voruntersuchung und den aufräumarbeiten sind die verlassenen ruinen der maulwurfshöhlen jetzt für die allgemeinheit freigegeben du kannst jederzeit vorbeikommen wenn du mehr ressourcen brauchst wie üblich gibt es nur eine kleine verwaltungsgebühr pass auf dich auf ach gut brief vom mar ich bin so froh zu hören dass musa sich doch noch entschieden hat euch zu unterstützen ich weiß dass es einige momente gab in denen du dir die sorgen gemacht hast aber nun es sieht so aus als ob er in dir das sieht nun es sieht so aus als ob er also hoch schuldigung was alle anderen auch sehen genau so war das eine straße nach portia das ist mal was anderes klingt als ob die freien städte bald viel mehr miteinander vermunden sein werden und ich weiß nicht ob du die nachrichten verfolgst aber an portia hat sich in letzter zeit auch viel getan ich will keine pferdescheu machen aber er scheint als hätten sie dort auch einen richtigen guten handwerker gefunden er ist nur nach portia gezogen weil sein vater ein paar grundstücke hinterlassen hatte einen hammer in der in die hand genommen hat und jetzt gehört er zu den besten in der gegend oder war es eine sie egal vielleicht könnt ihr euch ja mal treffen das wäre interessant wie fühlst du dich mit dem blick auf die straße gut nervös mama okay antworten es wird super laufen es wird wirklich schwierig werden ich will nicht mit einem mächtigen portian herum hängen natürlich wird bestimmt super also es wird super laufen hier steht es ist noch zu früh wir arbeiten noch an den tunnel aber ich bin sehr und zuversichtlich ich glaube das wird den cent rock schicksal zum besseren wenden oder es wird schwierig mehr brücken mehr probleme ich hatte in letzter zeit so viel zu tun dass ich keine rohe hatte und jetzt bauen wir auch noch einen tonne ne wir nehmen das hier es wird super laufen das wäre die beste antwort was mit mir bleibt sie denn überhaupt noch lust zu kommen oder kommt sie gar nicht mehr ich glaube die ist immer noch mit dem garten beschäftigt obwohl sie bei mir dann eigentlich noch mehr mit garten kram machen kann so aufträge bestimmt steil rahm aufträge erzählen steil streben kommen akzeptieren wir mal so dann schaue ich mal mittlere ähm hier weiteres mhm das können wir alles bauen eisenplatten stahlplatten alles mögliche ja dann werde ich das mal in auftrag geben genau einmal das äh einmal natürlich voll oh wir haben auch kaum noch krumm stahl ja das bedeutet natürlich äh mehr 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 ähm bronzeniete das kann ich glaube ich hier genau lieber ein bisschen mehr bronzeniete und dann ist gut hm mhm so genau bronzer brauchen wir hier wir gucken ob das andere auch geht krumm stahl ja das geht sehr gut wir brauchen jetzt noch mehr krumm stahl als alles andere ähh ja gut äh sandlauch und alf alf alfa ähm das ist schwierig das ist für mich ein bisschen schwierig das äh zu auszudrücken ähm kochstation war das ne können wir nochmal schauen ja wir brauchen noch eine bessere stahlrahmen brauchen wir einmal blutsteinkerne bratfanne bratfanne mal schauen ob wir das einfach so herstellen können nein da fehlt uns noch bronzerstange können wir eigentlich in null kann man nichts kaufen äh blutsteinkerne blutsteinkerne machen wir mal 10 aber meist ja nie ähm stahlrahmen kann ich das einfach so einmal bauen oder sagt das spiel nö ist nie mein gott wo ist denn hier stahlrahmen da 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 ach da fehlt kupferschrauben da müssen wir noch kupferschrauben herstellen da muss ich irgendwie putzen äh kupferschrauben hier gut das geht alles in arbeit ähm und jetzt nein nicht kiste oh mein gott und jetzt sandlauch von landwirtschaft und 1 alpha blue moon an den treppen sehr gut ich hoffe ich verlieren den überblick nicht da sind schon wir achso hier waren mit steckrühn bereich und hier ist irgendwas mit der ziviltruppe da gehen wir gleich hin achso ne da können wir nicht hin weil das essen brauchen wir ja noch so dann schauen wir mal äh alpha irgendwo hm da nehmen wir mal lieber alles mit so das andere war bei landwirt landwirt ich komme feuchtigkeitsfarbe genau so jetzt rein da mal gucken ob man direkt kaufen kann oder erst die selber anpflanzen muss ähh ich glaube ich muss selber anpflanzen ähm 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 jetzt ist die frage da sandlauch samen selber selber muss ich wohl selber machen äh ja 15 samen ok da muss ich wohl ab ab nach haus bereiten wir alles vor Jackmehl Jackmehl Station direkt zum haus äh wird es nicht geben glaube ich hehehe ja da ist alles in der Mache finde ich sehr gut wo ist denn mein Garten ja so erstmal wieder Bohnen vorbereiten so 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 da ist noch ein fertig Bohnen finde ich sehr gut ah ok nicht genug Stroh oh ich kann aber nicht viel einpflanzen oh ein bisschen schade ah sind wir so schlimm wie sind wir so schlimm wie sind wir so schlimm ähh das ja und düngern und ich will da düngern dann bewässern wir das ich könnte das ja auch äh nö ne das darf ich nicht bewässern ok ähm wir haben natürlich noch andere Pflanzen oh ich hab die falschen an oh gleich Kriegsschläge von von Community oh oh gleich Kriegsschläge von Community oh 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 das ist nicht gut oh oh ich hätte noch Stroh holen sollten bei Kriegsschläge äh also ähm ich bin noch nicht fertig nein nicht hauen äh ich brauche nicht äh das und ich äh doch geht ja wohl wir haben genug Wasser du musst jetzt nicht gießen mimi 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 oh düngern das geht äh nicht immer nein ok kann ich nichts machen dann ist jetzt so ja das war die Gartenarbeit das andere muss noch hergestellt werden äh wie lange dauert es überhaupt äh hab ich jetzt ja nicht geguckt sichs da drei Spieltage oh ne immer die Zeit irgendwie ein bisschen überbrücken hoch ich weiß nur nicht wie so ähm hier Ödland Jagmehl Station verlassene da ist Maulaufshöhle deswegen Jagmehl Station ah kann ich auch erstmal das bauen mal gucken ob ich äh die Items dafür habe erstmal hier alles nochmal zurück so das war das wichtigste Jagmehl Station wo haben wir es hier habe ich alles dabei alles andere ja bis auf Bronze Stamme äh Stab meine ich äh ja hm das ist natürlich ein bisschen ärgerlich ja gut ähm kann ich auch nicht ändern muss die Jagmehl Station erstmal warten und die Maulaufshöhle genauso ok ok habe ich irgendwo im Staubsauger wo ist das Staubsauger oh was ist jetzt hier brei das habe ich schon gelernt ok warum habe ich das hat ich das jaja 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 hätte ich ja eine menge Kram log 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 so was damit kommen doncsse wollte die bursche jetzt hin getan da brosche einfach daran getan okay wo ist der stopp stopp ich sehe dich nicht soja hier links ersatz ich habe alles ein das soll immer noch staub sein nächstes wieder von jetzt ich sehe da kein 40 ist auch nichts hier ist was ja staubsaugung muss man auch hier also sandlauch dauert eisenplatte steilplatte bronzenite alles in mache ja gut was machen wir jetzt rumlaufen nein maulwurf zugänglich ja gut danke für den kommentar mit maulwurf das jetzt zugänglich ist dann können wir gucken nach neue rezepte ach so man kann auch noch erweitern bevor ich nach rezepte gucke erstmal gucken hier wegen arbeitern grundstückserweiterung sehr wichtig so wie teuer bist du ach immer noch so viel wie viel habe ich wenig warum gucke ich überhaupt ach so so dann Wollen wir mal. Bitte, 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 bitte. Rezepte. Keine Rezepte. Keine Rezepte. Natürlich könnte ich jetzt hier noch Stuhl abkaufen, Roséa Kleiderschrank, Sofa und allen möglichen Krams. Aber nö. Nö, nö und nochmal nö. Nein, nein. Einfach nur nein. Sandrock, also Auftrag von Sandrock kriegen wir schon hin. Wir können auch noch Aufträge austeilen bei der Ziviltruppe. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt die Quest Anträger wenn ich hier rein will. Also, was du tun musst, ist dich selbst im Spiegel zu be... Ähm. Du musst ja etwas Zeit nehmen und dich selbst zu frepfele. Ja. Dazu, Kumpel. Ich glaube nicht, dass du durch und durch schlecht bist. Ich erkenne sogar eine Menge von mir in... beim Licht, äh... beim Licht ich, äh... Ja, setz dich einfach hier hin und denke darüber nach, was du getan hast. Du Spiegel. Yes, Master. Gutere Torkutsche. Mhm. Na, war gut. Okay. Oh, wow. So, gibt's hier was Neues? Nö. Nix Neues. Gar nix. Nö. Nienta. Null. Der hat nix. Aber hier ist was Neues. Der Bruch der gefährlichen Ruinen. Aha. Was kann man da machen? Hm. Warte mal. Äh, so, Schusswarten. Gibt's auch andere Monsterjagden? Nee. Oder direkt zielführende Sachen? Nö. 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 Ich hab nix, äh, veröffentlicht. Okay. Es sind noch die alten Ruinen. Hm. Okay. Mhm. Ja, wow. Einmal nur. Den Spiegel. Einmal nur so. Ja. Mhm. Einmal nur so. Ja, ja, ja. Einmal in die Wände decken. Das Spiegelchen. Ja, 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 ja. Äh, ja. Gut. Oh ne, nicht schon wieder. Scheide, dass man die Pflanze nicht irgendwie andersweitig bekommt. Nur gut. Vorbereitungen sind getroffen. Alles in Mache. Ähm. Dann gehen wir ins Haus und sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert mal Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen von Sandrock mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Sandrock. Ciao mit V, ciao mit Ö. Euer Diesen. Tschüss. Tschüss.